So, so. Die Ukraine ist also empört über die Turbinenlieferung aus Kanada. Ist das nicht ein Sinnbild für die westlichen Sanktionen gegenüber Russland? Ich meine, ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Ukraine ist jetzt empört und fordert, dass die Gasturbine nicht von Kanada nach Deutschland geschickt werden darf. Wir fordern die kanadische Regierung auf, die Entscheidung zu überdenken und die Integrität des Sanktionssystems sicherzustellen. So lautet die Erklärung des Außen- und Energieministeriums in Kiew. Und jetzt eine Frage. Diese Sicherstellung der Integrität des Sanktionssystems, sollte die nicht in erster Linie Russland schaden? Und selbst wenn die Behauptung stimmen würde, dass Russland in der Lage ist, das Gas auch ohne diese Gasturbine in vollem Umfang zu liefern, ist diese Forderung von der Ukraine doch dreist oder etwa nicht? Hier wird bewusst der Wohlstand von Deutschland aufs Spiegel gesetzt und ja, diese Floskel frieren für den Frieden. Mal schauen, wie die Menschen damit umgehen, wenn es dann wirklich Winter wird und ja, das Gas bleibt aus und die Heizung wird eben auch nicht mehr angehen. Dann bin ich mal gespannt, wie solidarisch ihr dann seid. Und liebe deutsche Bundesregierung, nochmal meine Aussage, diese Forderung der Ukraine ist mehr als dreist und eigentlich sollten die Sanktionen bewirken, dass Russland eben nicht mehr so stabil ist, wie es doch noch ist, oder sehe ich das falsch? Und wir in Deutschland, sind wir immer noch so stabil wie vor den Sanktionen? Einfache Frage. Und der Kreml-Sprecher Pesco wie selbst einmal mehr als zurück, dass Russland sein Gas als politisches Druckmittel einsetzt. Deswegen die Floskel, Putin dreht uns den Gas an ab. Wissen wir das? Nein, wissen wir nicht. Deswegen ist diese Aussage momentan einfach nicht richtig. Und deshalb sollten wir alles dafür tun, dass Nord Stream 1 weiterhin regelgerecht funktioniert und eben auch über Nord Stream 2 nachdenken, weil jetzt sind nicht mehr die Sanktionen gegenüber Russland wichtig. Nein, es ist wichtig, dass Deutschland in erster Linie die Zufuhr von Gas gewährleistet bekommt. Das ist meine Aussage dazu.